Hallo Freunde, grüß Gott und herzlich willkommen hier zurück mit dem Richard. Hallo. Endlich hergekommen. War ein bisschen nebelisch, gell? Habe ich gerade in die Kamera gewunken. Ja. Ja. Heute nicht. Heute gibt es keine Kamera. Bin zu faul, dass ich mir die Haare mache. Das ist ein lächerlicher Grund vielleicht. Wir sind sehr zerstört. Ja. Reißt mir jetzt. Hoppala. Du kannst gerne in den MAN reinspringen. Oder du schaust dir das einmal vor mit dem Helfer. Das ist mir beides gleich egal. Nein. Doch. Was? Nein. Was? Wo ist der Ertragter mit dem Helfer? Das ist eine gute Frage. Ich habe alle Mods vorbereitet. Im Singleplayer, die ich mit reinnehmen wollte. Aber jetzt sind wir ein Multiplayer, ne? Ja. Ja, jetzt habe ich die Mods nicht drinnen. Ist egal. Na ja, du hast gar keine Traktoren. Ehe nicht. Aber ich habe auch nicht gewusst, dass wir das als nächstes im Multiplayer aufnehmen. Letzte Riesenwei. Das war es halt schnell verletzt. Nein, lassen wir nichts schnell auf. Ist wurscht. Ich tue jetzt da die Bam auf ca. 5 Meter zusammenschneiden und dann abtransport. Ja, dann dauert man die Bam halt weg. Ist ja... Ich sehe, mit dem großen MAN hast du das relativ zügig... Ja, dann machen wir jetzt ein bisschen Kohle und fertig. Ja, messen wir. Messen wir. Weil wenn wir nachher die Viecher kaufen wollen, wenn dann Summer ist, haben wir sonst ein Problem. Ja, da ist was in deinem Kopf passiert. Bitte? Ja, da ist was in deinem Kopf passiert. Das hat ja schon angefangen zum Anholzen. Kann ich einfach kurz drauf lassen. Ich hätte einmal das verloren, was da ist. Wir können auch weitere schneiden, das ist nicht das Problem. Aber ich hätte einmal... Du bist ein Viech. Ja, ich habe trainiert. Während du nicht da warst. Ja, dann machen wir das so, ist kein Problem. Ich schneide es einmal auf... Geil. Voll verschärft. Der Baum hat dich aufgetan. Na ja, gut. Aber ich bin ja alter Baumkraxler, also... Halt einmal, ich kann ihn umgestessen. Aber ich müsste es da auch gehen. Nein, komm auf, von der Aussicht muss es einfach gehen. Okay, das ist nur überlegt. Da siehst du nichts. Aber ich bin... Oh, oh. Sieht gut aus. Ich habe mir das Geiz abgerissen. Oh, fuck. Bin ich auch übergefallen. Gut. Dann schneidest du. Na warte, den nehmen wir jetzt mal kurz. Wie viele Meter... Wie lange Meter stecken dran, Mann? Sechs Meter, glaube ich. Oh, oh. Sechs Meter. Da hast du sicher das Moss-Bundle-Gerät mitgebracht. Eben. Nicht. Das ist eins der Mod, die ich im Silbleer oben gelohnt habe, ja. Wer weiß denn das, dass wir das im Multiplayer aufnehmen? Ja. Ja. Genau. Ja, genau das haben wir auch gedacht, ja. Ähm, gut. Schneid mal, ne? Da kann man das ja... Wie wird denn das anzeigen vom Meter? Der kann das ja eh. Wo wird denn das? Der kann das. Der hat das ja auch gezeigt, irgendwie. Wie ist es denn das gegangen? Na innen, oder? Wie ist es denn nicht wie? Ich habe das letzte Mal geschafft, dann hat er mir auf der Plattform die Meta angezeigt. Auf der Plattform, geil. Ja. Wie ist es denn nicht wie? Wie ist es denn wie? Was bleibt einfach reinsteigen? Ja. Ich habe das gemacht. Sollen wir schneiden, Richard? Ja, schneiden Sie mal. Oh, 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 oh. Na, was ist denn? Ich habe das gemacht. Okay. Ich packe mich alles. Ich tue es einfach ab Schritten. Sechs Schritte. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Ja, das ist ja nütz, das Sägewerk ist gleich am Sekt, also das ist jetzt nicht so relativ tragisch. Achso, ist gleich am Sekt hier da hinten. Ist gleich da hinten, die Gebäude, das Sägewerk. Das ist nicht weit weg, nein. Wahnsinnig. Macht aber nix. 240. 240, achso. Ja. Ja, das ist ja gut, wenn das so gut reint bei dir. Ja, ey, ey. Was hast du vorher gehabt? 8, 9. Okay. Ja, ich komm auf die Metrauf auch. Ja, ja, nein, ist eh klar, ist eh klar. Ja, war so ein hoher Berg mit, wie viel hast du gesagt? Ja, hast du gesagt, mit 100, da innen, 100 aufgenommen. Ja, das ist schon relativ. Kann man lassen, ja. 100 schlimm hat es nicht. Ja, aber Wahnsinn, dass das die CPU so ausmacht, wa? Hm? Dass das die CPU so ausmacht. Ja, die ist ja komplett neuer Technologie. Und dann haben sie einen Chipsat her, alles neu, also. Aber eigentlich too much für Full HD. Ja, das System ist ausgekriegt für 4K mittlerweile schon, ja. Also, das ist die nächste Demonstration, sollte ich mir da kommen. Okay. Darf mich schon reizen. Schau. Ja. Hm, ja. Ich bin da weit recht zufrieden mit meinem 2K, ist jetzt so ein Mittelding, aber. Ich hab jetzt wenig informiert, was jetzt, dass ein 4K im Moment eigentlich ein brauchbarer kostet, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, aber ich muss gestehen, wie gesagt, dadurch, dass ich glaub, dass man aktuell 4K nicht mit 100 FPS oder 70, 80, 90 FPS gut betreiben kann, dann lass Ohne ein Slice-System sicher nicht. Ja, nein, dann lass es. Das ist mir noch nicht. Das ist so geil, finde ich es dann, glaube ich, nicht. Weil ich hab dann nur einen persönlichen Mehrwert davon, dass ich das sehe. Meine Zuschauer, können Sie es sowieso nicht anschauen, also. Er exportiert doch jedenfalls. Nein, aber du brauchst ja relativ potente Internetleitung, damit es dafür keine Videos anschauen. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Das ist noch alles nicht so weit. Nur immer ist der Full HD der Standard und. Das dauert noch ein bisschen. Es dauert sicher noch ein gutes Jahr. So lange die Telekom in Österreich, die Internetleitung im Griff, kriegt dann noch ein paar Jahre. Irgendwas hat aber 3D freigeschalten. Angeble. Boah, kann eine Frequenz sein. Ah, das kommt, äh, nein. LTE haben wir ja schon. Nein, Q, M, irgendwas, bla 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 bla. Das ist schon schnellere wie LTE, glaube ich. Möchtest du mal aufsammeln fahren? Brauchst gar nicht zusammen, fahr'n mal. Warte, okay. Probier's einmal. Ich stimmel da mal in sicheren Abstand. Äh, warte, wie ist denn das schnell gegangen? Warte, ich häng' aber in Aufhänger zuerst ab, gell? Warte, ich häng' da noch. Warte, ich fahr'n gleich wieder ein Stück zurück. Warte, bitte. Ja, ja. Ja, ja. Was heißt, na, na? Na, na. Sobald ich auf Aufladen klickt, geht er wieder auf. Geht nicht. Darf ich mal bitte probieren? Ja. Sobald ich auf Y drück? Du musst da raus, Richard. Was steckst du da raus? Okay. Richard, wieso Y mit B? Du, du drückst Y und da stellst... Ja, da, was steht da? Start, abladen. Du musst B drucken. Bei mir ist da abladen gestanden. Richard, nein, da stellst Start, abladen. Ich dachte, einer ist zu lang, da müssen wir einen Lobby schneiden. Ja, das werden alle ja nicht ganz passen. Die schaut so geil aus. Der nächste haben wir es irgendwie nicht in... Ich glaube, er ist trotzdem gedingst. Ich stankt. Und dann hängen wir es jetzt da, nicht? Ja, ja. Oh, shit, dann, helle. Ich hab' den Glück von draußen. Oh, der rutscht, der rutscht. Ja, ja. Geht, geht, stopp, 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 stopp. Warte, die Schleiche noch ankuppeln. Y. Ganz noch. Waa? Die Schläuche mit Y. Ja. Proviere, geht nicht. Ich mach's selber. Set da. Waa. So, warte. Proviere nochmal. Los, ich sag ja schon, los. Ja, warte, 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 das will ich jetzt probieren. Ja. Ja, entweder geht mir Y oder nicht, das ist... X, Z vertauscht, warte mal, das kann sein. Nein, ist's nicht. Das geht eh. Ja, für mich geht's nicht, ist's wurscht. Oder wie weit der da herholt. Oh, ich wollt' auch grad' sagen. Oh, heute fahr da voll in die Bäume hinein. Nicht drüber fahren. Ja, ich weiss, ich weiss, ich muss dann zurückschieben, ist schon zu spät. Ja, warte. Dann nimmst du mir ihn weg, geht das? Ja, passt, dann komm ich schon. Ja, ich muss einmal da. Uuuuuh, du musst jetzt, du bist über zwei jetzt. Du willst gleich stecken, klein. Wieso haben wir, wir haben, wir haben, wieso, wieso haben wir keine Drive-Controller aktiviert? Haben wir schon. Nein. Haben da... Wie, glaube ich, starten müssen, den LKW? Ich, ich hab'n starten müssen. Genau so macht man das. Der klaut, oder? Das kann aus dem anderen Händler aussehen. Weißt schon, das passt eh, dass er die Langen da herholt. Ist das geil? Warte, den anderen, was da umholt. Warte, was da rein. Ich hab' den Zug draufhüpfen, da. Scheiße, scheiße, alles. Ah, jetzt land' er wieder an. Ja, ja, warte mal. Jetzt weiß ich, ja. Jetzt war jetzt nicht grad' so intelligent. Ja, ich hab' mein Drive-Controller nicht aktiviert. Keine Ahnung, warum. Ha, wie der ist das mit dem... Ich sammel' immer auf, was geht und du... Du schreibst halt weit. Ich sammel' immer auf, was geht und dann... Ähm... Ja. Schau' mal den Rest, dass wir dann nochmal irgendwie hinkriegen. Dann hängst du hinten und hängst einfach da. Oh, lol, shit. Was denn? Und du hinten und vorne auf? Das... Nein, das checke ich eben grad noch. Du hast es vielleicht hinten aktiviert. Wechsel einmal das Gerät. Ach so. Jetzt sollte ich fahren wieder. Aber wenn ich da nur hundertmal im Gras fahr, dann habe ich... Ähm... Ich fahr' mir sicher fest. Bessant. Warte, ich... Ich habe ja den Mühe. Ja, na, jetzt geht's... Ah, jetzt ist's wieder gegangen. Komisch. Na, komm schon. Die letzten paar. Ah, da ist ein Ostern. Dafür geht der nicht. Das gibt es ja nicht, was würden nicht die letzten paar? Achso, jetzt start. Ich nehm mich gerade nicht aus. Bleib schnell einmal, ich schmeiß dich nicht. Aber wieso musst du dich zugeschmeißen? Das verstehe ich nicht. Vorher sagt er es ja schon, Holbert. Holbert und Walt, right? Ja, genau. Ja, weil die zwei so komisch da drin liegen, schau. Ist eingeschaltet. Ich tue es jetzt einmal vom Fuldern an. Ja. So. Abladen, linker Seite, zack. Okay. Und jetzt einmal aufladen. Dann vielleicht zu lang, dass es nicht geht. Nein. Ich weiß nicht, ob das nicht mit irgendeinem Aufnahmeträger, aber ich denke mir, fahr heute in das Jahr doch einen halben Wald, wie du es sagst. Ich glaube, ich fahr da jetzt. Ja, die schneid dann auch einander. Ja, okay. Das ist vielleicht auch eine gute Idee. Mein Ding ist ja besser geworden, gibt mich für jetzt 15, 16. Okay, das ist geil, ja. Ist es jetzt mitgegangen? Nein, gell? Nein. Wer nimmt es da gerade nicht mit? Ja, warte. Achso, jetzt war es wieder deaktiviert. Geh. Warte einmal. Du darfst nicht zu viel fahren mit dem. Ich muss es hin tragen als Holz. Achso, warte einmal. Ja, dann bleibe ich da stehen. Schalt es ein und das haben wir letztens auch so gemacht. Ja. Dann schmeißen wir es einfach zu, wie. Aber es geht nur von einer Seite. Ah. Was? Und selbst von der einen Seite geht es nicht. Wohl, jetzt geht es. Erstens lang. Alter, wir fahren da schon ganz schön Furchen rein. Ich schneide einmal. Jetzt ist es aufgegangen, hä? So, Horvath. Ah, super. So, du hast es mir guten, Richard. Liegt noch oder hinter die Linie zwei? Hinter mir, ah ja. So, die zwei noch und nachher pampen einmal die Folge. Ja. Dann sind wir zwei Minuten weg. Geil. Und ja. Dann schauen wir, was wir kriegen dafür. Passt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.